hallo da bin ich wieder schön dass ihr wieder mit dabei seid auf meinem kanal zu einem neuen video zum atombombenversuch auf dem truppenübungsplatz in ohrdorf wir haben wieder eine spannende geschichte die ich heute im teil 8 behandeln möchte und ihr habt ja schon mächtig gedrängelt wann geht es endlich weiter und das freut mich super dass euch das so gefällt was wir hier machen und es freut mich auch sehr dass ihr fleißig in die kommentare schreibt auch wenn ihr irgendwas rausgefunden habt so konnten wir nämlich was richtig stellen dazu komme ich gleich ja jetzt schauen wir wieder ein kurzes intro über eine schöne wanderung im urlaub mal schauen welche ich da raus suche in der zwischenzeit könnt ihr ja schon mal wer es noch nicht hat kanal abonnieren das zeigt mir dass euch meine videos gefallen also bis gleich ja machen wir gleich am anfang mal eine kurze richtigstellung ihr habt ja gut aufgepasst und mitgemacht und ich hatte ja das letzte mal eine postkarte gezeigt von dem dorf hesserode und es ist tatsächlich so die postkarte ist nicht von dem hesserode was damals oben auf den truppen übungsplatz gestanden hat das ist ein hesserode aus dem harz ja wie das so ist es gibt mit mehrere dörfer mit denselben namen und ich habe da nicht richtig aufgepasst also mir hätte es eigentlich auffallen müssen ich wohne ja in hermsdorf und in hermsdorf also hermsdorf gibt es ja auch etliche orte die genauso heißen hier in deutschland na mir würden sofort drei vier stück einfallen die auch hermsdorf heißen und genauso ist es hier bei hesserode also diese postkarte stimmt nicht was aber stimmt auf jeden fall den ort gibt es nicht mehr der ist damals verschwunden nach dem test ja was haben wir heute schönes wir wollen heute mal ein augenzeugen begleiten der mit dabei war also nicht direkt beim atombombenversuch als die gezündet wurde sondern am tag danach der das ganze chaos was dort dann geherrscht hat gesehen hat davon gibt es einen bericht von dem heinz wachsmuth der eine oder andere kennt ihn sicherlich schon aber es liest sich manchmal so schnell darüber hinweg wir wollen das heute mal so ein bisschen visualisieren indem wir uns auf der landkarte das gemeinsam mal anschauen wo ist er lang wie es herangekommen wo ist was passiert damit wir uns das bildlich vorstellen können nicht einfach bloß ein lesen sondern wir schauen da direkt mit die ortschaften an ich habe mir heute ein manuskript dazu geschrieben weil ich möchte das was er gesagt hat seine aussage nicht irgendwie verfälschen oder mit eigenen worten wiedergeben sondern genauso wie er das gesagt hat dazu mache ich dann zwischendurch ein paar kleine kommentare und wir schauen auf die landkarte um zu sehen wo ist er lang also ich schaue hier mal erst einmal eine sache ist klar sein bericht was er gesagt hat stimmt mit der aussage von der kläre von werner überein davon kann man ausgehen auch wenn es jetzt kein zweifelfreies protokoll von seiner aussage gibt klar es gibt immer wieder zweifler und leute die sagen das kann nicht sein und es stimmt nicht und hin und her und das kein beglaubigte aussage gewesen ist aber wir können trotzdem davon ausgehen dass das was er sagt stimmt die beweise dazu mache ich am Schluss denn wir wollen erstmals seinen bericht anschauen ja was er berichtet über die ereignisse am märz 1945 wird auch von seinen freunden und familienangehörigen bestätigt dass das stimmt er selber arbeitete zum zeitpunkt in einer schachtbaufirma mit dem namen brücks in othroff und bittstedt da war diese firma unterwegs und ansässig den genauen standort weiß ich jetzt nicht aber da ist auch nicht so wichtig sage ich mal nur dass wir wissen eine schachtbaufirma und von den anlagen her die dort gebaut worden sind und da sind ist das schön klar dass auch so eine heute würde man tiefbaufirma sagen dort ansässig ist und viel zu tun hat ja also die explosion die sich am abend am 4. märz ereignet hat hat er selbst nicht gesehen davon schreibt er nichts aber am tag danach passiert einiges und da ist er selber mit dabei also er sagt ich lese euch das vor am nachmittag fuhr die ss mit lkws vor eigentlich hatte uns die ss nichts zu sagen da wir ja immer mit sonderbefehlen arbeiteten die immer den stempel der reichspost beziehungsweise des forschungsrates trugen und nach dem lesen sofort vernichtet werden mussten es war ein befehl der die unterschrift von hans kammler trug ja und hier an der unterschrift was er hier sagt merken wir schon wie wichtig dieser befehl ist und von wem der kam von aller oberster stelle also es war jetzt hier sozusagen der folgetag der explosion war ja der test am vierten märz abends und am fünften märz ist jetzt folgetag nachmittags passiert dass das dss hier mit lkws vorfuhr jetzt sagt er wir mussten alles holz das verfügbar war aufladen die fahrt ging dann nach röhrensee so röhrensee da haben wir wieder einen wichtigen hinweis wo es hinging und daraus sehen wir schon wo der test stattgefunden hat was er jetzt nicht sagt wo wo sie gestartet sind wo er gerade war mit der firma aber da haben wir auch einen hinweis das kommt dann zum schluss seiner aussage da möchte ich jetzt nicht vorgreifen jetzt schauen wir uns erstmal auf der landkarte an wo das ist was ich gerade gesagt habe so und da sind wir auch schon da hier im google earth und ihr seht jetzt hier anstatt wir sehen das jonastal und mal schauen ob ich das so hinkriege hier haben wir jetzt ohr drauf hier haben wir unseren musketierberg und hier unseren krater also wer es noch nicht gemacht hat und neu dabei ist schaut bitte die zurückliegenden videos alle an da haben wir das alles genau beschrieben wo was ist und ja da versteht ihr das auch besser was wir hier machen so jetzt mal gucken wo ist er gestartet und da habe ich hier mal zwei markierungen gemacht ich habe hier mal ein extra google earth angelegt wo ich all meine ganzen notizen und alles was ich da so drin habe ausgenommen habe so jetzt wird es nicht mehr warum wird das nicht mehr jetzt geht es wieder so wir haben hier oberhalb von arnstadt hier unten ist arnstadt haben wir hier ein industriegebiet heute und wir wissen dass wir hier große rüstungsindustrie hatten die sogenannten polte werke und da haben wir hier polte 1 und polte 2 Polte 2 Polte 2 da ist der ausgangspunkt von dem Heinz Wachsmut wo sie gestartet sind hier sind sozusagen jetzt die LKWs mit der SS vorgefahren und hier mussten sie alles holz was verfügbar war aufladen und dann ging es nach was habe ich gesagt nach Röhrensee und da schauen wir jetzt mal wo das ist hier unten haben wir Holzhausen bitte entschuldigt dass das immer so ruckelt es lässt sich hier einfach mehr hin und her schieben wenn ich das nebenbei auch alles aufzeichne also hier haben wir Röhrensee da sind sie hingefahren und da machen wir jetzt mal hier uns eine Markierung hin die habe ich noch nicht gemacht da machen wir mal da seht ihr auch gleich mal wie das funktioniert aber das kennt ihr sicherlich wer sich ein bisschen mit Google Earth beschäftigt der weiß das also was schreibt man einfach mal erster Anlauf Punkt Punkt so jetzt haben wir hier eine Unbekannte muss ich es nochmal schreiben mit 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 ok jetzt machen wir das wieder weg jetzt mache ich es wieder ein bisschen größer damit wir das sehen was das für ein Weg war, wo die lang gefahren sind, also die genauen Wege und Straßen, wo es lang ging, wissen wir jetzt nicht, die jetzt hier erst nach Arnstadt rüber sind, dann auf jeden Fall sicherlich nach Holzhausen oder eben hier oben rüber gefahren sind. Das ist ja nicht so wichtig, aber was wir mal noch machen, wir gucken mal, dass wir jetzt hier uns eine Linie ziehen. Damit wir das im Auge behalten können. So. Ja, jetzt mag es nicht, ist wieder weg. Von hier nach hier. Fertig. So, was ist jetzt hier passiert in Röhrensee? Und da muss man mal schauen, was der Heinz Wachsmuth weiter sagt. Also, dort waren einige SS-Ärzte tätig, da eine große Zahl der Bewohner Kopfschmerzen hatte und Blut spuckte. Ja, hier haben wir einen ganz wichtigen Hinweis seiner Aussage, dass wir hier auf jeden Fall Menschen haben, die verstrahlt worden sind. Und dieses Kopfschmerzen und Blutspucken, das ist ein sehr wichtiger Hinweis darauf, dass hier ein radioaktives Ereignis stattgefunden hat, Radioaktivität frei geworden ist und die Menschen hier verstrahlt worden sind. Ja, inwieweit andere Orte auch noch davon betroffen waren, wissen wir jetzt nicht. Wir wissen aber, dass dieses Röhrensee auf jeden Fall betroffen war. Bei sowas muss man immer berücksichtigen, wie groß war die Explosion, wie war die Windrichtung, wo ist diese radioaktive Wolke dann hingezogen und so weiter und so fort. So, dann ging es weiter. Was sagt er dann? Wir waren dort falsch und wurden sofort nach Gut Ringhofen bei Mühlberg gebracht. Also ging es weiter. Hier waren sie falsch, sagt er. Da sollten sie nicht hin. So, und da gucken wir hier mal weiter. Hier haben wir jetzt Mühlberg, sagt er. Und da habe ich vorneweg schon mal geschaut. Dieses Gut Ringhofen. Das befindet sich oder hat sich hier befunden. Heute haben wir dort einen Golfplatz. Hier ist ein Campingplatz, aber hier, da war dieses Gut Ringhofen gewesen. Da setzen wir uns jetzt wieder eine Markierung. Das ist wichtig, dass wir das wissen. So, schreibe ich hin. Gut Ringhofen. Also machen wir es wieder ein bisschen größer, damit wir das sehen. Dann ziehen wir uns hier eine Linie. Von hier nach da, weil es da weiterging. Okay. Ja, komm, mach mit. Gut, wie ging es jetzt weiter? Was haben wir dort in dem Gut Ringhofen bei Mühlberg? Jetzt sind wir ja hier. Wenn ich jetzt hier schaue. Hier haben wir unseren Hinten. Ah, komm, bleib da. Hier haben wir unseren Musketierberg. Hier ist der Hintenburg Bunker. Und hier, seht ihr es? Hier haben wir gesagt, hier ist unser Krater. Hier der zweite Krater. Und hier hat dieses Dorf Esserode gestanden. So, sind wir schon ziemlich nah dran, ne? Also, wie ging es weiter jetzt hier? Was sagt er? Dort wurde uns gesagt, wir müssen Holzhaufen am Waldrand errichten. Ca. 12 x 12 Meter und nur höchstens einen Meter hoch. Dazu mussten wir Vollschutz tragen, auch unsere Häftlinge. Also die Firma hier und dieser Heinz Wachsmuth, die hatten auch noch Häftlinge dabei, die geholfen haben. Und wir sehen jetzt hier einen Hinweis am Waldrand. Da sollten Sie die Holzhaufen errichten. Jetzt mache ich es mal wieder noch ein bisschen größer. Ich habe vorher auch mal so ein bisschen die Luftbilder verglichen. Der Wald an sich hat sich nicht viel verändert. Das ist ungefähr so geblieben, die Waldgebiete, die wir heute hier haben. So, wenn die hier in dem Gutring Ringhofen sind, zum Waldrand hin. Ich weiß nicht, wie damals die Wegführung war. Aber ich kann davon ausgehen, dass es hier irgendwo zum Waldrand ging. Oder hier zum Waldrand. Oder vielleicht auch hier drüben. Keine Ahnung. Es muss auf jeden Fall ein Waldrand sein. Und wir nehmen mal hier. Hier setzen wir uns jetzt wieder eine Markierung. Damit wir das wissen. Da machen wir jetzt mal. Und schreiben mal. Jetzt habe ich Quatsch geschrieben. Jetzt habe ich Quatsch geschrieben. Jetzt haben wir hier das Gutringhofen. Wo man könnte so sagen, wie ein kleiner Stützpunkt war. Hier wurde Vollschutz angelegt. Also gegen die Strahlung, radioaktive Strahlung, Strahlenschutz und so weiter. Hier haben wir jetzt den Holzhafen. Also machen wir uns mal noch eine weitere Linie. Von dem Gut. Halt. Das war jetzt Quatsch. Von hier. Nach hier. Natürlich könnte es auch gewesen sein, dass es hier ist. Hier haben wir ja ein bisschen einen Weg. Vielleicht ging es auch hier lang. Hier haben wir auch einen wunderschönen Waldrand. Das ist ja wichtig. Also der Hinweis Waldrand. So. Dass wir jetzt ungefähr uns eine Vorstellung gemacht haben. Wo die lang sind. Okay. Wie ging es jetzt weiter, als die dort angekommen sind, der Heinz Wachsmuth mit den anderen? Er sagt, am Waldrand sahen wir schon einige Haufen von Menschenleichen, die wohl ehemalige Häftlinge waren. Die Menschen, jetzt kommen wichtige Hinweise, also die Menschen hatten alle absolut keine Haare mehr. Teils fehlten Kleidungsteile. Sie hatten aber auch zum Teil Hautblasen, Feuerblasen, nacktes rohes Fleisch. Teilweise waren einige Körperteile nicht mehr vorhanden. Das zeigt uns doch, wie groß diese Explosion war. Also eine Explosion mit großer Hitze. Und auch Hinweise, dass es eine Atomexplosion war. Ja, wie ging es jetzt weiter? Sie sehen, also der Heinz Wachsmuth sieht und die anderen, wie die SS weitere Häftlinge bringen. Äh, weiter... Quatsch. Nee, ich wollte es ja genauso lesen, wie er es sagt. SS und Häftlinge bringen die Leichen an. Die werden herangeschleppt, also immer mehr. So, jetzt kommt eine wichtige Anweisung. Als wir die ersten sechs Haufen fertig hatten, wurden die Leichen daraus gelegt. Je Haufen circa 50. Und anschließend Feuer gelegt. Also sechs Haufen haben sie gemacht, der Heinz Wachsmuth mit seinen Leuten. Und circa 50 Leichen auf jeden Holzstapel drauf. Da haben wir schon mal 300 Leichen. Also, ähm, wir brauchen nur eine ungefähre Zahl. Damit wir auch wissen, wie das mit anderen Aussagen übereinstimmt. Natürlich haben die nicht genau jetzt eine Sprichliste geführt. Oder dass der Heinz Wachsmuth genau gezählt hat. Aber wenn so circa die Anweisung war, 50 Leichen pro Stapel drauf. Und sechs Stapel hatten sie gemacht. So war bei 300 Leichen. Jetzt sagt er weiter. Wir wurden zurückgefahren. Im Gut mussten wir den Schutz und unsere Kleidung ausziehen. Dies wurde ebenfalls sofort von der SS angezündet. Da mussten wir uns waschen und erhielten neue Kleidung und neuen Schutz. Dazu jeder eine Flasche Schnaps. Auch unsere Häftlinge. Also, es ging wieder zurück zum Gut. Hier vom Waldrand irgendwo hier in diesem Bereich sind sie wieder ins Gut zurückgefahren. Wo wir sagen, dass sie da ein bisschen einen Stützpunkt eingerichtet hatten. Hier alles ausziehen. Ist klar, alles was radioaktive Strahlung hier oben in dem Gebiet abbekommen hatte, musste verbrannt werden. Und das haben sie gemacht. Das wird auch heute noch so gemacht. Und jetzt kommt er was. Er sagt, jeder hat eine Flasche Schnaps bekommen. Jetzt hier die Aussage, hilft denn Schnaps gegen radioaktive Strahlung? Klares Nein, erstes Mal. Aber warum wurde das angenommen? Oder warum wurde das gemacht? Wir haben zum Beispiel auch bei dem Reaktorunglück in Tschernobyl, wo das passiert war. Was hat man dann gemacht? Man hat an die Helfer, die dort reingeschickt worden sind und in das verstrahlte Gebiet mussten. Da hat man Wodka ausgeteilt. Die haben Wodka getrunken. Mit den Gedanken oder was ihnen gesagt wurde. Das hilft gegen die radioaktive Strahlung. Was auch gesagt wurde, zum Beispiel, dass Rotwein helfen sollte. Wir wissen, dass es einmal einen Unfall auf einem Atom-U-Boot, einem russischen, gab. Und da da auch Strahlung ausgetreten war, hat man dann der Besatzung Rotwein ausgeschenkt. Die haben Rotwein bekommen und man hat gesagt, das würde ihnen helfen gegen die Strahlung. Natürlich ist das nicht so. Aber wir wollen uns auch mal einen Zeitungsausschnitt angucken, der dazu auch einige sagt. Nämlich, als wir das Erdbeben in Japan hatten und der Reaktor beschädigt wurde, da hatten die Menschen, die Angst hatten und in Russland lebten, sind los und haben Wodka gekauft. Da war eben der Gedanke, da war das hilft, wenn jetzt wirklich radioaktive Strahlung kommt, hilft das gegen die dagegen. Und natürlich J-Tabletten wurden gekauft. Unmengen Wodka und J-Tabletten. Das schauen wir uns gleich mal an. Ich suche den Zeitungsartikel mal raus. Ja, da habe ich den Artikel. Bekannte Zeitung. Hier, Focus Online. Und da geht es um die Katastrophe in Japan. Ich lese es euch einfach mal vor. Wein, Wodka und J-Tabletten gegen Radioaktivität aus Japan. Haben wir hier am 11.10.2015. Auch in Russland scheint die Angst vor der Atomkatastrophe in Japan zu wachsen. Neben J-Tabletten werden in Russland auch Wein und Wodka gegen die Radioaktivität eingekauft. Man glaubt so, die Auswirkung der atomaren Strahlung mindern zu können. Bei den Menschen in Russland an der Grenze zu Japan wächst die Angst vor einer radioaktiven Wolka aus dem Nachbarland. Nach Medienberichten decken sich die Bewohner der russischen Pazifik-Region mit J-Tabletten, aber auch mit Wein und Wodka ein, weil sie glauben, so der Auswirkung der Strahlung abschwächen zu können. Olga, Swit und so weiter, eine Sprecherin der Katastrophenbehörde in der Region, erklärt am Mittwoch und so weiter. Wir sehen also auch hier, im Jahre 2015 ist der Glaube vorhanden, Alkohol, also Rotwein und Schnaps hilft gegen Radioaktivität. Und da können wir doch annehmen, dass das damals, 1945, auch so war. Ob die SS oder die, die dort die Führung und Leitung hatten, gewusst haben, dass es nicht hilft, ist ja eigentlich egal. Aber der Glaube daran, dass ich hier was habe und trinke und es mir dann hilft, der hat auch eine gewisse Stärke und hilft sozusagen, damit klarzukommen. Ich weiß, dass ich mich jetzt in so einem Gebiet befinde. Ja, gehen wir wieder zurück zu unserer Landkarte. So, da sind wir wieder hier. Unser Heinz Wachsmuth befindet sich ja jetzt hier in diesem Stützpunkt Gutringhofen. Und jetzt schauen wir mal, was er weiterberichtet. Er sagt, ein hoher SS-Offizier sagte mir, es habe gestern da oben eine große Stichflamme gegeben. Man habe etwas Neues erprobt. Davon wird die ganze Welt sprechen. Und wir Deutschen sind die Ersten. Leider sei dabei einiges nicht so gelaufen wie geplant. Und nun habe man einige Nichtsnutze weniger. Ja, auch diese Aussage von dem SS-Offizier bestätigt, dass man hier einen Test durchgeführt hat. Warum? Natürlich bin ich mir sicher, dass dieser Offizier zur strengsten Geheimhaltung verpflichtet gewesen ist. Aber dass er ja trotzdem über das, was er erlebt hat, mit einem Zivilisten spricht, das zeigt schon, was das für einen Eindruck hinterlassen hat, so ein Ereignis. Und dass er hier in dem Moment seine Verpflichtung vergessen hat. Aber uns kann uns das nur recht sein. Dadurch haben wir nämlich einen eindeutigen Beweis hier von der SS, dass hier Atombommentest durchgeführt wurde. So, jetzt geht es weiter. Beim zweiten Einsatz wurden nochmals drei Haufen errichtet. Dabei sahen wir, wie aus dem Wald einige völlig entstellte Lebewesen angekrochen kamen. Wahrscheinlich konnten einige nichts mehr sehen. Ich kann es auch heute nicht richtig beschreiben. Wir können uns vorstellen, wie schlimm das war, wie die ausgesehen haben. Von zwei SS-Leuten wurden diese ca. 12 bis 15 Menschen sofort erschossen. Sie mussten von anderen Häftlingen auf die in Flammen stehenden Haufen getragen werden. Wir wurden wieder zum Gut gebracht. Und es wiederholte sich alles. Gegen 23 Uhr fuhren wir zurück zur Polte 2. Am Waldrand waren 14 Feuerstellen zu sehen. Also ging es noch mal hier hoch. Und es wurden jetzt weitere Haufen, drei Haufen errichtet. Und so haben wir eine Gesamtzahl von neun Holzstapeln. Am Anfang haben wir ja gesagt, dass er hier das ca. 50 Leichen pro Stapel verbrannt worden sind. Jetzt auf dem Rückweg spricht er, dass er 14 Feuerstellen sieht. Haben wir hier eine kleine Abweichung. Aber wahrscheinlich haben auch noch andere Holzstapel errichtet. Er hatte ja gleich am Anfang berichtet, dass da auch so Holzstapel aufgeschichtet wurden. Aber es geht ja nur darum, dass wir uns eine ungefähre Vorstellung machen können, wie groß und wie viele Tote es hier gegeben hat. Wenn wir das jetzt hochrechnen, 14 Holzstapel und 15 Leichen pro Stapel, da sind wir bei ungefähr sagen wir mal 700 Todesopfer. Es ist klar, dass man da nur ca. Angaben machen können. Wir können das auch mit anderen Aussagen vergleichen. Und da ist von mindestens 600 Todesopfer der Rede. Also wir sehen auch hier, dass das übereinstimmt mit anderen Zeugenaussagen. So, jetzt kommt noch was Spannendes. Und zwar war es möglich, also einer der Opfer hat noch gelebt, bevor er starb. Und was derjenige jetzt sagt, also nicht den Heinz Wachsmuth selbst, sondern einer seiner Arbeiter, die mit dabei waren. Und das lese ich euch nochmal vor. Also, wir konnten an diesem Tag und am nächsten nichts essen. Es gab für uns und die Häftlinge immer wieder Schnaps. Einer unserer Häftlinge sagte uns, er habe einen der Halbtoten noch verstanden. Großer Blitz. Also das ist das, was der Halbtote, also bevor er starb, noch sagt. Großer Blitz. Feuer. Viele sofort tot. Von der Erde weg. Einfach nicht mehr da. viele mit großen Brandwunden. Viele blind. Gruß an Mutter von Oleg Banu nach Gorye. Und da haben wir einen Augenzeuge, der dabei war und der kurz vor seinem Tod das noch berichtet hat, was da passiert ist. Also, wenn man am Forschen ist, man stößt auf immer mehr Aussagen und immer mehr Sachen. Was wir jetzt hier noch gesehen haben, was er sagt, also, dass sie gegen 23 Uhr fertig waren und dann zurück zur Polte 2 gefahren sind. Und daraus sehe ich jetzt, dass sie da auch gestartet sind. Ich mache nochmal zurück hier, so, Polte 2. Die große Rüstungsfabrik. also müssten wir jetzt hier, machen wir mal noch, ich gehe davon aus, dass sie im Gut Ringofen gestartet sind, dort nochmal alles verbrannt haben, was sie anhatten, nochmal Schnaps gekriegt haben und dann ging es von hier zurück die genaue Straße weiß ich nicht, aber hier dann zum Polte 2. So. Gut, ich tue das jetzt nicht extra beschriften und machen, da haben wir nochmal einen Weg. Gut. Was sagt uns das Ganze jetzt? Jetzt haben wir das visualisiert, also den Bericht nicht nur gelesen, sondern einfach uns auch mal auf der Karte hier eine Vorstellung machen können, wie und was das hier passiert ist. Jetzt gucke ich noch mal hier und ziehe den gesamten Bereich ran. Also hier hatten sie ihren Stützpunkt eingerichtet, Gutringhofen. Hier haben wir Orthof. Wäre es hier in dem Bereich irgendwo passiert, wären die sicherlich von Orthof aus gestartet. Hier ist es Jonastal. Es ist schwer heranzukommen von hier aus und hier haben wir zwar da würde ich doch nicht hier einen Stützpunkt einrichten. Also wir können jetzt hier sicher sein, nochmal, dass wir hier in diesem Bereich auf der anderen Seite des Waldes unsere Krater haben. Hier hat der Test stattgefunden. natürlich ist es nicht so wichtig jetzt genau auf den Meter festzulegen, aber wir sehen hier wieder einen weiteren eindeutigen Beweis dafür, dass es so einen Test gegeben hat. Wir haben hier den Heinz Wachsmuth, wir haben die Häftlinge, die für ihn oder mit ihm gearbeitet haben an diesem Tag, wir gesagt hat, wir haben einen der Betroffenen kurz vor seinem Tod, was er noch sagt und alles zusammengefasst haben wir den eideligen Beweis erbracht. Ja, jetzt kommt noch was Neues und zwar bin ich begeistert von den vielen Kommentaren, die ihr immer so schreibt und das macht mich wirklich froh, weil ich auch sehe, dass euch das gefällt und dass ihr viele Fragen habt und deshalb habe ich beschlossen jetzt immer bei jedem Video mal noch so eine kleine Antwortenrunde einzufügen also ich suche mir immer irgendeinen Kommentar von euch raus und beantworte euch die Fragen ich habe das bei anderen YouTuber gesehen wo das gerne so gemacht wird und ich finde es eine tolle Sache also wenn ich das weitermachen soll dann schreibt es in die Kommentare und dann wird es immer gleich am Anfang des neuen Videos kommen nicht erst zum Schluss aber hier waren jetzt schon die Schnittarbeiten im vollen Gange und ich wollte das Video einfach mal fertig kriegen und nicht schon wieder von vorne anfangen also Wellhausen schreibt ich kann nur immer wieder betonen dass ich von eurer Arbeit sehr beeindruckt bin vielen Dank für Dein Lob unverständlich ist mir weshalb von offiziellen Stellen so gemauert wird aber wahre Geschichte soll ja nicht in unsere Köpfe danke für eure Forschung ja warum wird so gemauert klar es gibt verschiedene Gründe die Geschichte ist geschrieben die Geschichte steht fest Geschichte zu ändern oder zu berichtigen und zuzugeben dass man da einen Fehler gemacht hat fällt schwer aber das ist auch nicht der einzige Grund weil nämlich die Geschichte so festgelegt worden ist und nicht geändert werden soll und das zweite Grund ist natürlich dass das Unmengen finanzielle Mittel kosten würde wenn man da jetzt anfangen würde nachzuforschen ob das wirklich stimmt und Beweise suchen würde irgendetwas aufzugraben versteckte Stollen ist unheimlich teuer ob man dann was findet oder nicht also wir reden jetzt von offiziellen Stellen ist dann die zweite Sache das ist Geld wo nichts dahinter nichts dabei rauskommt außer dass man einen Beweis für die Geschichte hat und das muss erst mal finanziert werden klar hat man im Janastal auch schon Grabung gemacht in den 90er Jahren gibt es ja auch YouTube Videos darüber könnt ihr gerne schauen und zwar wo man vermutet hat dass in einen der Stollen das Bernsteinzimmer versteckt ist und da steckt ja was dahinter wo man was finden kann was dann auch was bringt weil man einfach nur sucht und macht und etwas findet um die Geschichte zu verändern da kommt nichts bei raus in dem Sinne hier ja und natürlich der weitere Grund wenn man dort irgendwas findet zum Beispiel Radioaktivität Atombomben Verstrahlung und so weiter und so fort dann hat man ein Riesenproblem denn das muss ordnungsgemäß entsorgt werden und da sind wir wieder bei der Sache das würde Unmengen von Kosten verschlingen und das will man nicht also lässt man lieber alles ruhen und macht nichts und weckt keine schlafenden Hunde sagt man so als Sprichwort also ich denke Wellhausen ich könnte deine Frage beantworten das ist wirklich der Grund dafür und aber nichts desto trotz wir machen weiter wir suchen und wir forschen und bleibt mir treu abonniert den Kanal und schaut noch den Abspann irgendjemand hätte jetzt mal geschrieben in einem Kommentar dass ihm die Fotos im Abspann immer so gefallen und das zeigt mir auch dass ihr den guckt ja dann bis zum nächsten Video haut rein bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal hum Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020